wir wollen uns heute mal den strommarkt wieder etwas näher angucken da gibt es derzeit so ein bisschen preischaos wie jeder lesen kann oder auch wahrscheinlich in den nachrichten hört hier zum beispiel eine überschrift aus der wirtschaftswoche ein stromhändler erzählt jetzt bekommen viele firmen wirklich panik zuletzt sind die preise an der leipziger strombörse explodiert ein horror für unternehmen und so weiter und so weiter so wir sehen uns also jetzt heute hier mal diese preisentwicklung hier an die hier mal hier eingekringelt ist in rot und wenn man untersuchen was es dafür gründe dafür gibt und das etwas besser zu verstehen hier alles und damit herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe auf diesem schicken kanal ja auf dem man auf keinen fall hier immer wird würde ich sagen okay wir hatten letztendlich interesse an wirtschaft wirtschaft bedeutet doch leben ja ich habe hier tolle kurse gemacht zur wirtschaft im allgemeinen zur finanziellen intelligenz zum controlling zwei kurse und einen schicken börsenstrategie immer 200 kurs ganz einfache börsenstrategie simpel und sehr sehr effizient wer sich nicht ewig lange mit der börse beschäftigen will und dennoch hier sehr erfolgreich handeln will okay so ich würde sagen wir gehen mitten rein ins unternehmen so es geht heute jetzt um diese hier preisentwicklung die hier in rot hier eingekringelt sage ich mal ist ja es ist ja geht hier um den strom ja und das ist hier die preisentwicklung ex januar 2022 ist hier aufgemalt wir sehen jetzt zwei kurven eine hellblaue und eine dunkelblaue beziehungsweise ist das blau ja das ist was ähnliches wie blau würde ich sagen also diese hellere hier auf jeden fall da steht hier ist strom base 2023 und bei der dunkleren steht hier strom folgemonat so wie wir und das sind jetzt eher für die dunkle hier ja das ist der strom der strompreis für folgemonat wie jetzt hier genau dieser stromhandel an den börsen in paris und in leipzig haben sind ja zwei börsen wie das jetzt alles funktioniert da wird es noch mal ein extra film dazu geben dass wenn wir heute hier nicht erschlagen wir sagen einfach mal wir unterscheiden uns hier für diesen dunkelblauen hier strom folgemonat für diesen preis interessieren wir uns ja dieser base preis 2023 der ist es heute jetzt erstmal nicht so hier steht jetzt nicht so im fokus heute ja ist aber auch egal weil wir sehen hier seit juni seit juni diesen jahres steigen hier beide kurven hier kräftig an wie man hier sieht ja von 200 auf in der spitze 500 bzw 559 also und diese strom diese preissteigerung die werden wir heute versuchen mal zu erklären und hier die absoluten gründe dafür herauszuarbeiten warum das denn jetzt alles gestiegen ist so jetzt ganz kurz ja also wir müssen jetzt doch mal ganz kurz jetzt hier das angesprochen haben zumindest es gibt jetzt hier einmal eine eine spot strombörse ja die ist in paris und die heißt apex spot ja da wird der strom spot gehandelt also für für die gegenwart sozusagen ja dafür für die ganz knappe zukunft die wird da gehandelt so da sehen wir ja gerade mal die aktuellen notierungen ja also jetzt gerade um die zeit jetzt ist hier mittwoch 16 26 der 31 august wird hier für deutschland gehandelt gerade 571,2 euro für die megawattstunde glaube ich ja 571,2 in frankreich ist es bei 635 ja und hier ist es bei 315 und hier in england ist es 406 also sehr interessant hier sich das mal anzugucken da kann man sich auch noch zum beispiel grafiken angucken ja da sieht man dann diesen verlauf hier heute tagsüber ja das hier ist 9 uhr da ist es gestartet dann ist es hier rauf ja die spitze war dann hier so um 1. september 19 uhr das ist das sind jetzt hier schon die preise für den folgetag für den folgetag also ist egal also ich wollte nur mal hier zeigen wie jetzt hier das hier jetzt hier gehandelt wird und wie hier wie man hier jetzt hier herumfahren kann man sich mal ein paar sachen angucken kann das ist also alles sehr sehr spannend ich habe hier sowieso auch sehe ich gerade hier das falsche land eingegeben das war jetzt hier at ich müsste hier irgendwie deutschland deutschland luxemburg die beiden um die beiden geht es ja also dass wie gesagt wird es noch mal extra film dazu geben zu diesen börsen und zu dieser preisfindung ich wollte nur mal kurz ansprechen ja das hier ist jetzt die spot börse in paris ja und dann gibt es eben noch eine hier eine zweite börse für die futures und das ist die in leipzig ja das ist die hier die ex in leipzig und da wird der strom für die zukunft gehandelt ja also jetzt die futures werden da gehandelt ja dann kann man dann hier hingehen ja dann sieht man hier dann hier die futures da kann man hier dann hier die diverse sachen hier auch aufrufen und ich glaube dann auch sich irgendwelche grafiken anzeigen lassen also da kommt gerade nichts sind teilweise auch gerade hier gestört etwas die die leitungen also wer sich das mal angucken will kann sich das hier mal mal ansehen aber wie gesagt da gibt es noch mal ein extra film dazu ja so und jetzt stellen wir eben folgendes fest bei dieser wenn man sich diese strompreis gruppe mal anguckt ja dann ist die hier hier am anfang des jahres ist sie hier so herumgezockelt ist also ihr gefallen und dann natürlich mit dem beginn des angriffes von russland auf die ukraine ist es hier in die höhe geschnellt also der der strompreis ja zack ja und dann ist aber wieder hat er sich wieder ziemlich schnell beruhigt und dann lief er ziemlich lange hier flach dunkelblaue linie hier verlief ziemlich lange flach bis juni und im juni auf einmal steigt das ding wieder an ja so jetzt schauen wir uns mal erdgas an ja erdgas sehen wir hier eine ähnliche entwicklung auch seit juni steigen hier die erdgas preise wieder enorm an entwicklung gaspreis gas wird auch gehandelt an der ex in leipzig ich glaube gas wird nicht spot gehandelt an in paris gas wird nur in leipzig gehandelt wie ich weiß aber da möchte ich jetzt meine hand dafür nicht ins feuer legen ja das ist eine sehr komplexe komplizierte materie wie gesagt da gibt es noch mal was dazu extra so dann auch beim gaspreis war es eben so ja der ist hier auch anfang des jahres erst mal so auf relativ hohem niveau natürlich aber im vergleich zu heute relativ niedriges niveau herum gedümpelt dann ist er hier zum beginn des krieges hier angestiegen ist dann wieder gefallen ist flach verlaufen und seit juni steigte auch wieder an so jetzt haben wir gesehen strom und gas sieht ähnlich aus ja hier war strom und hier war gas sieht ähnlich aus ja also der erdgaspreis und der strompreis die hängen zusammen und zwar über die sogenannte merit oder systematik sind diese beiden gekoppelt ist der strompreis gekoppelt an den erdgaspreis wie das genau funktioniert sehen wir uns gleich später noch mal an so jetzt fangen wir mal an so das ist jetzt hier die stromeinspeisung deutschland im ersten quartal 2021 also im letzten ja erstes quartal das war hier das dunkelblaue ist konventionell insgesamt und das hier dunkelgrüne ist erneuerbare insgesamt dann sehen wir hier also bei den konventionellen das ist also kohle erdgas atom und sonstige und bei den erneuerbaren haben wir wind solar biogas wasserkraft und sonstige so und jetzt aufgepasst jetzt hier kurz kommt q1 2022 zack das war letztes jahr dieses jahr letztes jahr dieses jahr man sieht dass er dass die erneuerbaren so ein bisschen gestiegen sind ja und die konventionellen sind so ein bisschen gefallen so also im einzelnen war es so dass die kohle ist ein bisschen gestiegen im vergleich zum vorjahr dafür ist erdgas und atom etwas gefallen und bei den erneuerbaren ist also der wind wurde windenergie ausgebaut ja im vergleich zum ersten quartal 2021 okay so hat sich das also entwickelt und jetzt gerade hier bei diesem stress auf dem strommarkt spielen eben folgende bereiche eine rolle die habe ich jetzt hier mit dem pfeilen markiert das ist die kohle das ist erdgas das ist atom und das ist wasserkraft ja und die wollen wir uns mal jetzt kurz angucken alle ja so erster erster problem punkt trockener sommer ja da gibt es gleich glaube ich drei probleme ja die auf den trockenen sommer zurückzuführen sind so zum ersten mal haben wir in frankreich bedingt durch diesen trockenen sommer und durch diese niedrigen fluss piegelstände haben wir in frankreich extrem viele akb ausfälle frankreich ist sowieso ohnehin irgendwie ein ziemliches problemfeld weil die haben sehr sehr viele akb ist aber die sind auch sehr sehr wartungsbedürftig ja sind relativ alt und auch anfällig ganz viele davon ja und das sind wichtige auch richtige würde ich mal sagen nicht gerade vertrauenserweckende schleudern sind das dann hat die wir da auch ganz nahe an der grenze teilweise auch haben ja und auf jeden fall sind die müssen die mussten die jetzt im sommer ziemlich zurückgefahren werden weil eben die flüsse ja nicht so viel wasser hatten ja und die werden ja gekühlt durch das flusswasser ja also mussten die dann erheblich herab geregelt werden in frankreich steht also hier frankreichs atomkraftwerke probleme wegen hitze 18 juli 2022 grenzwerte für die gewässer erhitzung werden weiter angehoben da der altersschwache atompark zur hälfte abgeschaltet ist sind erhebliche steigerungen des strompreises in ganz europa zu erwarten so warum ist das so weil wir in europa einen stu ein stromverbund system haben ja ganz europa hängt sozusagen was strom angeht zusammen deswegen gibt es ja auch die europäische die beiden europäischen strombörsen die spot börse in paris und die future strombörse in leipzig ja das sind ja ex das ist ja eine europäische energie exchange also eine europäische strombörse ja oder beziehungsweise ruhstoffbörse ja wird auch gas gehandelt wenn auch co2 zertifikate gehandelt und noch andere dinge so also ganz europa hängt hier zusammen und wenn jetzt hier ein land stress hat nämlich frankreich dann müssen dann eben die anderen länder hier dafür einen hier einspringen ja das ist völlig klar das wäre ja auch im anderen fall so wenn wir jetzt stress hätten in deutschland dann würden die anderen auch für uns einspringen ja so ist das ja gedacht das heißt ganz europa hängt da jetzt wirklich hier zusammen es sei ich glaube eine ausnahme bildet glaube ich spanien und portugal weil da laufen glaube ich nur ganz wenige leitungen hier über über das gebirge und ich glaube die die sind relativ autark soweit ich das gelesen habe ja aber da gibt es auch noch mal extra informationen dazu ja so jetzt gibt es mal etwas theorie zum hier mal so eine angebot und nachfrage kurve habe ich mal aufgemalt ja das ist jetzt so zu verstehen jetzt zunächst mal das grüne das ist das angebot wir haben also einem bei einem geringen preis ja haben wir ein geringes angebot und bei einem hohen preis wird weitet sich natürlich das angebot aus jeder möchte natürlich zu einem hohen preis verkaufen deswegen wird da mehr angeboten ja bei der nachfrage ist es genau andersrum bei einem hohen preis finden wir jetzt eine geringe nachfrage und bei einem geringen preis eine hohe mengen nachfrage also nachfrage kurve geht von links oben nach rechts unten und die angebots kurve geht von links unten nach rechts oben wenn wir auf der x-achse menge ab abtragen und auf der y-achse den preis so und jetzt frage an dich ja was ist denn da jetzt wenn zum beispiel jetzt in frankreich wenn jetzt da jetzt hier das strom wenn jetzt hier die akw herunter gedreht werden ja weil das wasser da in flüssen zu heiß wird was passiert denn jetzt hier mit diesen kurven hier das ist jetzt hier mal die frage an dich ja was verschiebt sich denn da ja kannst mal kurz überlegen was sich da verschiebt ob sich jetzt hier die angebots kurve verschiebt oder die nach nachfrage kurve und wenn ja in welche richtung und was dann mit dem preis passiert ja mal kurz überlegen ok so es ist folgendermaßen das angebot dass die angebots kurve die verschiebt sich von rechts nach links ja hier war es vorher ja und jetzt nachher durch diese herabregelung der akw ist in frankreich verschiebt sich wird das angebot geringer also die gesamte angebots kurve verschiebt sich nach links das angebot schrumpft ok und deswegen da haben wir den alten gleichgewichts preis hier der schnittpunkt und hier ist dann der neue gleichgewichts preis und man sieht dass der preis hier steigt ja wunder wunder also ein geringeres angebot führt dann eben zu steigenden strompreisen haben jetzt auch dann hier schön abgeleitet so jetzt kommt der zweite punkt jetzt kommt hier der zweite punkt der den sommer betrifft ja und zwar stockender kohletransport ja jetzt mal hier bei der kohle und zwar der rhein ja der rhein der ist jetzt nur schlecht schiffbar gewesen und ich glaube immer noch schlecht schiffbar wird gleich ein bisschen besser jetzt aber immer noch schlecht kann also auch nur sehr wenig kohle kannst er transportieren für die kohlekraftwerke haben für die kohlekraftwerke haben wir hier einiges an kohlekraftwerken die versorgt werden müssen so ist also jetzt schlecht darstellbar ja und deswegen deswegen kann man kann man jetzt also diese kohlekraftwerke können auch nicht voll gefahren werden ja was passiert wiederum mit der kurve hier oder welche kurve verändert sich wieder die frage ja okay also ist dasselbe wie vorhin ja das angebot das strom angebot das reduziert sich ja diese kurve verschiebt sich nach links und der preis steigt dann eben okay so und jetzt kommt der dritte punkt der den sommer betrifft und zwar haben wir weniger sturm aus der wasserkraft ja wasserkraft haben wir ja hier ja wasserkraft also es ist zwar nicht so wahnsinnig viel aber ich glaube das sind auch ja immerhin immerhin sechs oder fünf jetzt sind sie ganz vier prozent vier prozent ist der stromeinspeisung kommt aus wasserkraft circa ja und wenn jetzt hier die die flüsse also die die sehen die wasserpegel wenn die sinken dann haben wir natürlich auch insgesamt eine geringere leistung mit diesen wasserkraftwerken und zwar ungefähr produzieren die also zehn prozent weniger strom hier zum beispiel in österreich aber das ist natürlich in deutschland genau dasselbe ja so auch wieder die frage was passiert jetzt hier mit diesen kurven also genau dasselbe auch wieder ja die angebots kurse kurve geht zurück und der preis steigt wiederum ja so jetzt geht's weiter jetzt kommen wir mal zu den erdgas verträgen ja es ist so dass eben ganz viele unternehmen die haben überhaupt keine verträge ja und die sind natürlich jetzt hier alle am schwitzen ja jetzt gerade jetzt wo die preise steigen ja und die haben keine verträge dann werden dann werden die ganz dann fangen die ganz stark an zu schwitzen ja weil sie möglicherweise hier das hier falsch eingeschätzt haben ja die haben also gesagt okay das ist jetzt hier die gasentwicklung aber beim strom war es ja genau dasselbe ja und beide sind ja zusammen das immer gleich noch so jetzt ist es hier zur ukraine mit dem ukraine konflikt ist es gestiegen ja und dann ist gefallen und dann ist es hier lange waagerecht gelaufen da haben wahrscheinlich jetzt ganz viele spekuliert und haben gesagt das ganze wird wahrscheinlich jetzt noch weiter sinken ja und jetzt werde ich mich nicht durch lange verträge jetzt bin denn ja ich warte noch ein günstigerer zeitpunkte ab und puste kuchen ja das ist nicht eingetreten das ganze steigt jetzt ja und jetzt transferieren eben ganz viele und jetzt müssen sie alle einkaufen ja weil sie denken es wird jetzt demnächst noch teurer ja deswegen haben wir da jetzt hier eine verschärfte nachfrage weil die alle keine festen längerfristigen verträge haben oder hatten oder viele zumindest daher dihk deutscher industrie und handelskammertag berichtet jeder zweite betrieb muss noch strom- und gasverträge abschließen ob das jetzt immer noch so ist das ist schon ein paar tage alt dieser dieser bericht ja aber auf jeden fall dürfte das dürfte es immer noch einige geben die immer noch keine festen verträge haben dihk befragung unter 2000 unternehmern zeigt wirtschaft steht vor kostenexplosion also weil ganz viele da keine verträge haben so was passiert jetzt hier was passiert jetzt hier mit dieser kurve ja jetzt jetzt haben wir einen leichten anderen effekt jetzt kannst du mal überlegen was jetzt hier wo jetzt sich hier etwas ändert bei der angebots kurve oder bei der nachfrage kurve fragezeichen ja ok also können wir auflösen die nachfrage in dem fall die steigt jetzt die nachfrage nach strom steigt und deswegen wandert hier der gleichgewicht punkt von hier nach da oben und der preis hier steigt daneben weil die nachfrage steigt ok so der preis steigt und das angebot zurückgenommen wird oder wenn die nachfrage steigt in beiden fällen steigt also der preis so und jetzt kommen wir noch zu dem zu der preis bildungs systematik ja von dem strom preis ja und zwar muss hier unbedingt erwähnt werden das merit oder system ja und das betrifft jetzt hier einen hohstoff erdgas derzeit ja so was ist denn dieses merit oder system das ist eigentlich ganz einfach ja wir haben jetzt hier das ist nämlich so dass immer der teuerste produzent ja der jetzt hier in das netz einspeist der bestimmt den gaspreis ja das was 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 dem seine strom herstellung kostet plus noch einen gewinnaufschlag ja das soll dann für alle der gaspreis sein sonst würde nämlich derjenige der so teuer nur anbieten kann und das ist derzeit eben das gas sonst würde der nicht anbieten und dann würden wir hier nicht genug strom haben ja so einfach ist das hier sehen wir mal die ganze phalanx von diesen ganzen hier strom produzenten ja das ist hier ganz günstig ist hier sonne und wasser ja die sind eben ganz günstig wenn das alles mal die investitionen mal getätigt wurden dann kosten die am unterhalt fast gar nichts mehr wind ist auch sehr günstig und dann kommt hier die atomkraft ist auch noch günstig sondern dann kommen hier biogas und kohlekraftwerke ja die werden dann zugeschaltet und wenn dann hier alles zugeschaltet ist ja und wenn dann immer noch strombedarf ist zum beispiel jetzt an windarmen tagen ja oder jetzt im sommer wenn wenig wasser da ist dann müssen eben hier die teuren derzeit sehr teuren gaskraftwerke eingeschaltet werden früher waren die ja nicht teuer aber jetzt sind sie eben teuer und wir haben eben jetzt nicht so schnell können wir jetzt nicht auch aus dieser nummer rauskommen ja sind immer noch 13 prozent ja das sehen wir also hier 13 prozent ist hier immer noch erdgas wird aus erdgas strom gemacht 13 prozent der gesamten strommenge wird aus erdgas hergestellt so ist es richtig okay so so merit oder system der teuerste produzent bestimmt den preis ja und das ist eben derzeit hier ganz stark hier erdgas ja so hat es vorher ausgesehen bevor erdgas jetzt richtig teuer geworden ist und jetzt sind eben hier alle erdgas kraftwerke sind jetzt hier alle schweine teuer und damit eine preis steigerung so und jetzt kommt der letzte punkt und zwar die erdgas speicher füllung das hat man ja immer gehört habe hat gesagt wir müssen jetzt oder auch andere natürlich auch wir müssen jetzt unglaublich schnell unsere erdgas speicher hier füllen bevor wir bevor der winter kommt muss alles schön voll sein 90 prozent oder so bis glaube ich november oder so und das hat natürlich jetzt auch eine enorme nachfrage hier jetzt bedeutet am gasmarkt ja schnell schnell gas hier und alles in die speicher sein extrem schnelle speicher füllung gas speicher zu 75 prozent befüllt bedeutet das jetzt entwarnung zwei wochen früher als geplant die deutschen erdgas speicher lautet der betreiber einen füllstand von 75 prozent erreicht zwei wochen früher als geplant haben die deutschen erdgas speicher laut der betreiber einen füllstand von 75 prozent erreicht ist das bereits die entwarnung für den winter frage zeichen also die haben jetzt schneller als als gedacht die speicher gefüllt und das hat natürlich am gasmarkt jetzt zu einer extremen nachfrage geführt kann man sich auch wieder überlegen an diesen beiden kurven hier so was ist jetzt hier passiert kannst du kurz überlegen was sich da jetzt wie bewegt hat also die nachfrage kurve jetzt hat sich hier auch wieder nach rechts verschoben und das hat wieder jetzt hier zu einer preis steigerung geführt dadurch dass eben jetzt hier die gas speicher schnell gefüllt wurden ja hat es eine nachfrage steigerung hier bewirkt so jetzt haben wir jetzt die ganzen gründe hier mal schön sauber mal mal aufgeführt haben jetzt wissen wir also einigermaßen bescheid warum jetzt hier stress gerade im strombereich jetzt so herrscht glaube wir sollten uns erstmal alle schön ruhig bleiben ja das wenn man als einzelne tage mal so spitzen dabei sind ja dann dann kriegen gleich alle einen horror ja also ich glaube ganz so schlimm wird es auch wieder nicht werden also die strompreise werden sich jetzt nicht verzehnfachen aber auch da wird man natürlich jetzt parallel mit mit gas eben mit einer gewissen zeit an hohen strompreisen wird man ein berechnen müssen schätze ich mal ja ich bin kein freund von prognosen aber das ist jetzt eine einschätzung also es auf jeden fall gibt es jetzt erstmal keine gründe wochen da der strompreis jetzt erstmal wieder rapide sinken sollte zunächst mal so dann soll es das für heute gewesen sein würde ich sagen tschüss ciao und servus ja goodbye